im islam haben wir diverse predigten vom gesandten gottes muhammad sallallahu alaihi wa viele predigten sind uns geläufig und viele predigten sind auch zeitlos sodass wir sie jedes jahr beispielsweise gerne und immer wieder hören wie beispielsweise die predigt des gesandten gottes zum beginn des heiligen monat ramadan diese predigt immer wenn der monat ramadan kurz davor ist zu starten wird diese predigt verlesen man hört diese predigt man schaut sich nochmal die übersetzung an man geht diese predigt nochmal durch um zu schauen was hat es mit dem monat ramadan auf sich oder aber die bekannte predigt des gesandten gottes am tage von radir oder aber die viele bekannte predigten von imam ali alaihissalam wir brauchen uns nur nahjubalara anzuschauen und sehen zahlreiche predigten von imam ali alaihissalam sicherlich zwei predigten stechen heraus einmal eine predigt die der imam hielt ohne den buchstaben elif zu benutzen also den ersten buchstaben im arabischen alphabet er hat eine gesamte predigt gehalten ohne diesen wichtigen buchstaben zu verwenden das ist so als würde man jetzt sagen halte eine rede ohne den buchstaben e zu verwenden der buchstabe e kommt womöglich in fast jedem wort vor genauso wie elif der imam hat eine gesamte predigt ohne den buchstaben elif gehalten oder aber die eine andere predigt des imams wo er ohne buchstaben die predigt hat er ohne buchstaben gehalten die einen punkt haben also wie ba fa und so weiter und alle buchstaben die alle buchstaben die einen punkt haben er hat eine predigt ohne diese buchstaben gehalten oder aber die bekannte predigt von fatima alaihissalam die sogenannte fadakiyya predigt auch eine extrem hervorragende predigt der herrn der frauen aller welten fatima alaihissalam die sie in der moschee gehalten hat nachdem der gesandte gott verstarb genauso haben wir predigt von allen anderen imamen imam ebi abdullah al hussein salatullahi wassalamu alaih hat auch am tage von ashura gesprochen und predigt gehalten und diese predigt hören wir immer wieder wenn der magtal verlesen wird also die trauerzeremonie des imams rezitiert wird in der jeweiligen sprache die die geschwister dann hören werden diese predigt ebenfalls erwähnt und eine sache haben diese predigen alle gemeinsam sich trotzen vor weisheit und eloquenz so dass als fatima beispielsweise alaihissalam diese predigt diese fadakiyya predigt gehalten hat man sagte es ist als würde der gesandte gott des muhammad sallallahu alaihissalam sprechen als zeynab alaihissalam ihre bekannte predigt im palast von yazid la anallah gehalten hat haben die leute gesagt es ist als würde alaihissalam sprechen diese eloquenz diese weisheit die sie verwendet haben das alles haben sie zusammen und ich habe vor kurzem ein schönes beispiel dazu gehört ein gelehrter hat es mal so verglichen er meinte stell dir einen brunnen vor und dieser brunnen hat kaum wasser drin nur wenig wasser du könntest die weltbeste pumpe holen um wasser zu fördern du würdest nur diese geringe messe geringe menge wasser bekommen du würdest nicht mehr wasser bekommen als das was im brunnen drin ist egal wie gut die pumpe ist er meinte wenn aber der brunnen gefüllt ist mit wasser und du eine gute pumpe holst dann kannst du extrem viel wasser fördern eloquenz redegewandtheit bringt nichts ohne wissen du kannst noch so eloquent sein noch so redegewandt sein wenn du kein wissen hast wirst du dich immer wieder wiederholen du wirst stottern du wirst nichts neues bringen du hast zwar eine gute pumpe du bist eloquent aber dein brunnen ist leer du hast nur wenig wissen aber was wenn der brunnen gefüllt ist was wenn dein wissen einen anderen ursprung hat was wenn dein wissen göttlichen ursprung ist was wenn du zugang zum göttlichen wissen hast wie die imame der ahlulbayt salatullahi wassalamu alayhim was wenn sie dann noch so eine hervorragende eloquenz haben dann sehen wir was für predigen hervorkommen nicht schiitische gelehrte babari beispielsweise sie berichten dass sie dass am tage von ashura imam hussein a.s.w. eine rede gehalten hat und dabei allah und den gesandten gepriesen hat in einer art und weise wie sie sie zuvor noch nie gehört haben imam hussein a.s.w. lobte allah sprach den segen auf das siegel der prophet muhammad salatullahi wala in einer art und weise die nie zuvor ein zuhörer gehört hat wieso er hat die eloquenz seines vaters geerbt und er hat das wissen seines vaters geerbt er hat die eloquenz seines großvaters und das wissen seines großvaters muhammad salatullahi wala in den ziarat beispielsweise sagen wir assalamu alayka ya warith ziarat warith kennen sicherlich viele der friede sei mit dir oh du erbe adams oh du erbe noas oh du erbe ibrahims oh du erbe musas isas muhammad salatullahi wala ali fatima hussein ibn ali ist der erbe all dieser persönlichkeiten deshalb sehen wir dass diese predigen diese weißheit diese eloquenz von ihm hervorgegangen ist vor der eigentlichen schlacht in karbala bevor es zum kampf kam wachte imam hussein a.s.w. am tage von ashura auf er betete mit seinen gefährten das morgen gebet und sprach zu ihnen er lobte allah und sandte oder sendete den segen auf den prophet muhammad salatullahi wala und sagte daraufhin allah subhanahu wa ta'ala erlaubte heute meine tötung und eure tötung so obliegt uns die geduld und den kampf heute ist der tag wo wir getötet werden so müssen wir geduldig standhaft sein und im kampf aufrecht stehen daraufhin hat der imam a.s.w. seine armee vorsieht seine armee aufgeteilt zu seiner rechten rechten flügel war zu seinem linken flügel war habib seine flagge gab er seinem bruder abel fadl al-abbas die zelte diejenigen die schon mal in karbala waren oder sie sich schon mal so ein schaubild mal angesehen haben wie das damals aussah wir hatten an einem ort die zelte das zelt von imam selin abdin das zelt der frauen das zelt von imam hussein und so weiter jeder hatte sein zelt hinter den zelten hat man in der nacht ein graben gegraben und darin dann holz gelegt und dieses holz angezündet warum damit der feind nicht von hinten die zelte überfallen kann das heißt hinten hatte man einen graben dann waren die zelte und vor den zelten waren die männer und die gefährden von imam al-hussein dass sie die zelte und die frauen verteidigen konnten nachdem imam al-hussein seine armee aufgestellt hat dieses feuer entzündet wurde trat er hinaus und blickte zu einer armee gemäß den überlieferungen die nicht weniger als 30.000 mann waren wir haben ja verschiedene überlieferungen über die anzahl der gefährden von imam al-hussein üblicherweise wird immer die zahl 72 genannt plus minus gibt es immer wieder abweichungen 72 menschen stehen einer armee von 30.000 gegenüber was soll wie kann man sich das überhaupt vorstellen 30.000 mann wenn wir sagen dass eine person ein quadratmeter eingenommen hat stellt euch vor nur eine person nimmt ein quadratmeter ein als beispiel ein meter mal ein meter dann wäre diese armee alleine schon um die 30.000 quadratmeter groß jetzt stellt euch die vor die noch pferde dabei hatten kamele dabei hatten was auch immer sagen wir mal jeder hat zwei genutzt 60.000 quadratmeter was für eine gewaltige armee stand bevor imam al-hussein als er zu dieser armee blickte jeder von uns wenn er so eine armee sich anschauen würde wäre sofort hoffnungslos was soll ich gegen so eine armee ausrichten was hätte ich für eine chance überhaupt irgendetwas zu machen im angesicht so einer großen streitmacht die mir gegenüber steht die erste lehre die wir mitnehmen von den predigen imam hussein ist das was er am anfang getan hat als er diese riesige armee geschaut hat was hat er gesagt hat er gesagt oh mein gott wir werden sterben hat er gesagt oh mein gott was für eine riesige armee wir haben gar keine chance sie werden uns brechen sie werden uns töten hat er furcht verspürt was war das erste was der imam getan hat als er diese riesige armee gesehen hat er hob seine hände zum dua in erster linie eine lehre für uns auch wir werden mit problemen konfrontiert ja nicht immer es ist eine armee die uns gegenüber steht das wird nicht der fall sein heutzutage jedenfalls nicht so häufig schätze ich mal aber auch wir haben täglich große probleme in unserem leben denen wir gegenüber stehen imam hussein lehrt uns egal was für ein problem gegenüber steht wende dich an allah welche worte sprach er dabei er sagt damit wir Zeit sparen lese ich nur die deutschsprachige Übersetzung vor er sagte oh Allah du bist mein Vertrauen in jedem Bedrängnis und meine Hoffnung und jede Erschwernis egal was für Probleme ich habe Bedrängnisse Erschwernisse oh Allah du bist meine Hoffnung meine Hoffnung auf dich wird niemals untergehen bei jeder Angelegenheit die mich prüfte bist du die Zuversicht und mehr ganz gleich der Sorgen unter denen das Herz schwäche die Strategien als gescheitert der Freund verrat und der Feind Schadenfreude empfindet egal was passiert oh Allah du bist bei mir egal wie viele Sorgen ich habe ich legte sie dir daher auf und klagte bei dir darüber wünschend dich und niemanden bis auf dich ich wende mich an niemanden außer auf dich oh Allah so dann hast du mich davon erlöst und es erleichtert denn du bist der Verwalter jeder Gnade Besitzer jeder Wohltat und bei dir enden alle begehren dieses Bittgebet sollten wir auswendig können warum auch wir werden mit Problemen konfrontiert der Imam a.s. zeigt uns wie wir mit diesen Problemen umgehen sollten und dieses Bittgebet es wird überliefert dass dieses Bittgebet was Imam Hussein hier sprach genau das gleiche Bittgebet sprach das Siegel der Prophet Muhammad in der Schlacht von Bedr als die anderen als die gegnerische Armee ihm gegenüber stand weil als Quraysh Medina angreifen wollte in der Schlacht von Bedr hat auch der Prophet seine Gefährten versammelt und er hat sie gefragt Quraysh kommt sie wollen uns angreifen was sollen wir tun was sagt ihr einige Gefährten standen auf die heutzutage extrem stark verehrt werden von einigen anderen Leuten die standen und sagten oh Gesandter Gottes das ist Quraysh wir haben keine Chance gegen sie Quraysh war immer siegreich wie sollen wir die 313 Leute sind gegen eine Armee von 950 Leuten gegenüber treten wir haben keine Chance oh Gesandter Gottes der Prophet war aber nicht zufrieden mit dieser Aussage daraufhin stand Al-Maghdad Ibn Esu del Kindi auf und sagte oh Gesandter Gottes wir glaubten an dich und bestätigten dich und selbst wenn du mit uns die Ozeane bestreitest wir werden dich nicht alleine lassen oh Gesandter Gottes und das Überqueren der Ozeane war etwas schwerwiegendes damit hat man damals die Beispiele getroffen für etwas was schwerwiegend ist Maghdad sagte oh Gesandter Gottes selbst wenn wir mit dir die Ozeane überqueren müssen wir würden es tun und Sa'd ibn Ma'ad stand auf und sagte es scheint dass du uns möchtest oh Gesandter Gottes er sagte ja er sagte oh Gesandter Gottes bei Allah wir werden dich schützen und bei dir sein egal was du tust daraufhin war der Prophet glücklich man hat ein Lächeln auf seinen reinen Lippen gesehen und er sagte Allah subhanahu wa ta'ala hat uns den Sieg versprochen und er rezitierte daraufhin dieses Bittgebet was Imam Al-Hussein a.s. am Tage von Ashura rezitiert hat genau das gleiche Bittgebet manchmal stehen wir vor bestimmten Prüfungen und Probleme und verfallen in Hoffnungslosigkeit beispielsweise wenn wir eine bestimmte Krankheit haben und auf die Diagnose warten und die Diagnose kommt dass wir eine bestimmte Krankheit haben wir fühlen uns manchmal hoffnungslos warum ich oh Allah warum hab ich immer Pech warum werd ich immer krank warum trifft immer das Unglück mich warum klappt meine Hochzeit nie aber die von den anderen schon warum hab ich immer so viel Pech und die anderen haben so viel Glück wir tadeln Allah subhanahu wa ta'ala manchmal für die Sachen die uns passieren wenn wir Probleme haben Erschwernisse haben und jemanden anderen sehen der scheinbar keine Probleme hat glaubt nicht dass er keine Probleme hat er hat eine andere Prüfung es gibt keinen auf dieser Welt der keine Probleme hat jeder hat Probleme und seien die Probleme groß oder klein jeder wird getestet auf die Art und Weise wie Allah subhanahu wa ta'ala es für ihn vorgesehen hat der Arme wird durch seine Armut geprüft der Reiche wird durch sein Reichtum geprüft glaubt nicht dass jemand der Reiche ist dass er keine Prüfung hat Reichtum ist womöglich eine viel größere Prüfung als Armut wieso der Reiche denkt ich hab das von meiner Kraft ausgeschafft ich war klug ich hab mich angestrengt ich hab gearbeitet und das ist jetzt mein Verdienst Allah brauche ich nicht ich hab das selber gemacht sie verlieren die Bindung zu Allah subhanahu wa ta'ala sie denken das ist mein Ergebnis wobei sie nicht wissen alles was Allah subhanahu wa ta'ala der Arme wenigstens er ist arm er hat nichts seine Bindung ist immer zu Allah subhanahu wa ta'ala da das sehen wir manchmal dass arme Menschen eine besonders spirituelle Bindung zu Allah subhanahu wa ta'ala haben das heißt hier kann man wirklich sagen die Prüfung des Reichen ist stärker als die Prüfung des Armen der Reiche wenn er eine Million Euro auf dem Konto hat Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn über diese eine Million befragen was hast du damit gemacht wie Imam Ali alaihissalam sagte als er diese Welt beschrieben hat das erlaubte dafür musst du Rechenschaft ablegen und für das Verbotene wirst du bestraft du hast so viel Geld wer hat dir das Geld gegeben das ist der Rizik von Allah subhanahu wa ta'ala was hast du damit gemacht wie bist du damit umgegangen wir werden über jede einzelne Sache befragt werden die wir haben aber jemand der nichts hat worüber soll er befragt werden derjenige der Reiche dessen Prüfung ist eventuell schwerwiegender als die des Armen der Gesunde soll nicht glauben seine Gesundheit ist keine Prüfung du der du gesund bist danke Allah für deine Gesundheit aber wisse dass auch dies eine Prüfung für dich ist warum wie gehst du mit deiner Gesundheit um wie gehst du mit deiner Stärke um setzt du sie für den Weg Allah subhanahu wa ta'ala ein oder verschwendest du es wenn du am Tage des Gerichts vor Allah subhanahu wa ta'ala trittst und du sagst ich war nicht krank ich war gesund ich hatte Stärke ich hatte Zeit aber ich habe nichts gemacht ich bin meinen Pflichten nicht nachgekommen gegenüber jemandem der vor Allah subhanahu wa ta'ala tritt der sagt oh Allah du weißt ich war krank ich konnte kaum laufen ich hatte diese Probleme ich habe mein Möglichstes getan aber ich konnte nicht mehr machen ich konnte nicht so aktiv sein und auf dem islamischen Weg ich hatte diese Probleme der ist wenigstens entschuldigt was ist deine Entschuldigung der Kranke wird mit seiner Krankheit geprüft und der Gesunde wird mit seiner Gesundheit geprüft keiner soll also denken jemand anderes ist verschont und wir werden mit diesen Sachen konfrontiert aber was sagt der Imam was lehrt er uns er sagt egal was passiert egal welche Sorgen mich treffen ich wende mich an Allah subhanahu wa ta'ala denn er ist die Quelle der Allmacht er ist derjenige der all meine Probleme lösen kann er ist die einzige Bezugsquelle die ich habe niemand ist imstande mir zu helfen außer Allah subhanahu wa ta'ala warum sollte ich mich an jemanden wenden der mir nicht helfen kann aber Allah subhanahu wa ta'ala ist da und er sagte solange oh Allah solange du auf meiner Seite bist kann mir nichts geschehen und das ist eine Lehre für uns wenn wir wissen wir sind auf dem Recht dann brauchen wir nicht in Depressionen zu verfallen in Hoffnungslosigkeit die Person tut mir Unrecht an die Person will mir mein Leben zur Hölle machen wisst ihr wenn Allah subhanahu wa ta'ala auf deiner Seite ist dann mach dir keine Sorgen diese Person wird schon sehen was sie davon hat lass diese Sachen nicht nah an dich herangehen und sagen oh Allah warum hab ich immer Pech warum hab ich immer diese Probleme hab Geduld und Allah wird deine Angelegenheit regeln Allah 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 ist das Form und derjenigen die glauben Allah ist der Verwalter unserer Angelegenheit der Imam sagt oh Allah diese Streit macht jeder andere wäre hoffnungslos aber ich sage oh Allah meine Hoffnung besteht immer noch weiterhin in dir oh Allah du bist mein Beschützer du bist mein Wali an dich wende ich mich denn du bist die Kraft und du bist die Quelle der Versorgung du bist die Quelle der Macht der Imam sah darauf hin also diese großen Mächte hat den Dua gemacht und ritt dann auf seinen Kamel und trat der Armee gegenüber was hat der Imam gemacht hat er sofort den Kampf gestartet nein erstmal Mauer erstmal sprechen erstmal Worte bevor es zum Kampf kommt bevor es zum Konflikt kommt spreche ich erstmal mit ihnen bevor wir ein Problem mit jemandem haben und ihn sofort angreifen sofort beleidigen sofort beschimpfen sofort auf ihn losgehen rede mit ihm Mauda ermahne ihn und das war das erste was Imam Hussein a.s. getan hat sie stehen mit einer Armee von 30.000 sie wollen ihnen sicherlich nicht irgendwas geben oder gut mit ihm umgehen sie wollen ihn töten das weiß der Imam aber er sagte trotz dessen habe ich eine Aufgabe nämlich sie zu ermahnen der Imam sagte oh ihr Menschen hört meine Worte und seid nicht voreilig in eurer Entscheidung mir gegenüber bis ich euch mit euren Pflichten mir gegenüber ermahne und euch erkläre weshalb ich zu euch gekommen bin mit anderen Worten der Imam steht da und sagt ihr habt ein Recht mir gegenüber Moment mal Imam Hussein a.s. und gegenüber ist Benno Umayya Benno Umayya hat ein Recht gegenüber dem Imam der Imam sagt ja und schaut die Aufrichtigkeit des Imams a.s. der Imam sagt ihr habt ein Recht mir gegenüber ich werde euch ermahnen die Rechtleitung was ist dieses Recht das Recht der Rechtleitung egal ob ihr mich akzeptiert oder nicht ich bin der Imam der Zeit ich bin der Imam Ma'asum meine Pflicht ist es euch recht zu leiten euch die Wahrheit aufzuzeigen euch zu ermahnen und dann könnt ihr tun was ihr wollt Hauptsache ihr habt die Hujja bekommen und das ist genau das was das Siegel der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa'ala tat er hat die Hujja zu jedem einzelnen Menschen gebracht und gesagt jetzt könnt ihr entscheiden ihr könnt Weg A oder Weg B entscheiden aber die Wahrheit ist euch deutlich es gibt keinen Zwang in der Religion die Rechtleitung ist offensichtlich von dem Weg der Falschheit und der Imam a.s. hat daraufhin angefangen mit ihnen zu sprechen und sie zu ermahnen und hier steckt auch eine Lehre für uns ich bekomme sehr oft Nachrichten von Geschwistern die sagen ich würde gerne meinen Vater meine Mutter ich habe zum Islam gefunden ich habe zur Schule der Hujbaid gefunden ich würde so gerne meine Familie recht leiten wie kann ich sie zu Schiiten machen wie kann ich meine Freunde zu Schiiten machen zu Muslime machen was auch immer wir sollten nicht aus dieser Perspektive an die Sache herangehen wir sollten die Wahrheit aufzeigen unsere Pflicht ist es die Hujja aufzuzeigen wir werden nicht dafür befragt oder wir werden nicht dafür bestraft wenn wir es nicht schaffen jemanden zu Schiiten zu machen wir werden aber dafür befragt wenn wir nicht die Wahrheit aufzeigen wenn wir sagen das ist der Weg der Wahrheit der Weg von Al-Muhammad ist der Weg der Richter der Wahrheit schau das sind die Beweise das haben die Ahl-Bait gemacht schau das sind die Probleme die wir in anderen Rechtschulen beispielsweise sehen aber schau so haben es die Imame der Ahl-Bait gelöst es ist unsere Aufgabe die Imame der Ahl-Bait in einem wunderschönen Licht zu präsentieren nicht nur durch unsere Worte sondern in erster Linie durch unser Verhalten weil wir das schon ein paar Mal angesprochen haben was sagt ihr wie jetzt beispielsweise Nicht-Muslime wenn sie jetzt diese Straße entlang laufen und sie wissen hier findet eine muslimische Veranstaltung statt was würden sie denken wenn sie sehen die Straßen sind vermüllt und verdreckt und Kaffeebecher liegen da und Essensreste und überall wird falsch geparkt und das und das was für einen Eindruck haben sie und was für einen Eindruck hätten sie wenn sie genau die gleiche Straße entlang laufen und plötzlich stehen da Leute die räumen die Straße auf die machen alles sauber die sagen zum Beispiel wo man parken darf wo nicht sie helfen anderen sie verteilen eventuell Getränke an die Passanten die vorbeilaufen als Beispiel was für einen Eindruck hätte man da gewonnen die Imame der Ahlbayt a.s.w. sagen seid uns eine Zierde nicht durch eure Zunge sondern durch eure Taten so dass wenn die Menschen euch sehen sagen Rahimallah Ja'far ibn Muhammad möge Allah sich Ja'far ibn Muhammad erbarmen er hat seine Schia erzogen er hat seine Schia wirklich zum richtigen Weg geführt heutzutage wenn man viele Schia viele Anhänger der Schule der Ahlbayt sehen würde würden die Leute sagen Rahimallah Ja'far ibn Muhammad würden sagen Allah abame sich Ja'far ibn Muhammad oder würden sie was anderes sagen wir dürfen eine Sache nicht vergessen es ist ein Privileg dass du dich als Anhänger von Mohammed und Mohammed zählst das ist nicht selbstverständlich viele Menschen haben nicht diese Ehre und diese Gnade von Allah bekommen dass sie sich als Schia bezeichnen dürfen das ist keine einfache Sache zu sagen ich bin Schia bringt große Verantwortung mit sich Schia von wem von der besten Schöpfung die Allah erschaffen hat von Mohammed Du willst die Schia nennen? Nenn dich Schia gerne aber dann wisse was deine Aufgabe und deine Verantwortung ist Schia zu sein bedeutet gut mit deinen Mitmenschen umzugehen Schia zu sein bedeutet gut mit deinen Eltern umzugehen Schia zu sein bedeutet nach Wissen zu streben Schia zu sein bedeutet sich von den verbotenen Dingen fernzuhalten Schia zu sein bedeutet den Weg von Imam Hussein a.s. zu gehen das bedeutet Schia sein Schia ist nicht nur in Muharram zu stehen zu weinen sich auf die Brust zu klopfen und fertig nein das ist ein Ausdruck der Trauer um Imam Hussein ja das ist aber der Anfang Schia zu sein ist nicht in den Moschinen Schia zu sein ist draußen auf der Straße Schia zu sein ist wenn du alleine zu Hause bist und denkst niemand beobachtet dich wenn du deine Sünden begehst dann zeigt sich ob du ein Schia bist oder nicht hier in den Moscheen sind wir alle Maasumien Alhamdulillah in den Moscheen wenn alle zugucken keiner von uns macht Fehler die Gebete sind sehr lang die schönste Rezitation Sujud ist extra lang wir machen noch Nafila Gebete hier sind wir alle Schia kein Problem aber inwiefern sind wir Schia wenn wir diese Tür verlassen wenn wir alleine sind wenn wir mit unseren nicht muslimischen Freunden sind wenn wir an Orte sind wo wir denken niemand sieht uns da zeigt sich ob du ein wahrer Schia von Al-Muhammad bist deshalb Schia zu sein kann jeder behaupten die Taten zeigen es und Imam Hussein macht hier darauf aufmerksam und ermahnt sie und diese Ermahnung hat gefruchtet Al-Hur bin Yazid al-Riyahi beispielsweise mit seinen Söhnen mit anderen Leuten sind zum Imam übergelaufen Al-Hur dachte nach und sagte es gibt einen Konflikt in mir ich sehe mich gerade zwischen Paradies und Hölle ein Augenblick des Nachdenkens ihr müsst euch das mal vorstellen keiner von uns hat solch eine Sünde wie Al-Hur bin Yazid al-Riyahi keiner von uns hat solch eine Sünde begangen dass er das Schwert gegen den Imam seiner Zeit empor gehoben hat und Schrecken über die Herzen von Al-Muhammad gebracht hat einen Augenblick des Nachdenkens dieser Augenblick hat entschieden dass wir ihn jetzt auf dem Mimbar die Rahma aussprechen den Salam aussprechen und sagen Bis zum Tage des Gerichts steht sein Name auf den Tafeln der Märtyrer hätte er diesen Augenblick des Nachdenkens nicht gehabt hätten wir ihn jedes Mal verflucht wenn wir ihn erwähnt hätten wenn er auf der gegnerischen Seite gestanden hätte auch wir sind Al-Hur Ibn Yazid al-Riyahi auch wir haben manchmal diesen Konflikt zwischen Paradies und Hölle auch wir manchmal entscheidet ein Augenblick dass wir unser gesamtes Leben umwandeln auch heute können wir darüber nachdenken wo bin ich gerade in meinem Leben jetzt wenn ich mein Leben Revue passiere wo stehe ich gerade stehe ich im Paradies oder stehe ich in der Hölle lasst uns darüber nachdenken wo wir gerade stehen und sagen bei Allah ich erwähle nichts dem Paradies gegenüber das Paradies steht immer an erster Stelle für mich das ist wie schön wir sind ein das ist das ist das ist das ist das ist und ich kaikke